Aber ich hab nicht so viele Bugs gehabt wie Grevy. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sie provoziert. Ich hab gehört, die PS3-Wesung soll auch ziemlich anfällig sein, ich weiß nicht warum. Ah, scheiße. Der eine Typ da... ...hat glaube ich gerade meine kleine Siedlung hier ganz am Rand der Karte entdeckt, wo ich... ...jetzt meine Häuser bauen wollte. Und was macht der Verpöter, der ist immer noch demoralisiert. Nein, ein Bogenschütze schießt. Aber jetzt hat er aufgehört. Wer nennt ihn zum König? Er ist der neue König. Da, der, der Armbrustschütze, Teutoden Königreich, Heinrich, äh, verbündet. Der macht 5 plus 2 Schaden im Nahkampf und hat 5 plus 1 Reichweite. Ach was, scheiß doch drauf. Ähm, ja, bevor ihr jetzt hier stundenlang da rum... ...reicht jetzt. Baut jetzt einmal scheißverfickte Häuser. Wir brauchen mehr Häuser, wir brauchen mehr Truppen. Das ist jetzt das Wichtigste. Fuck mal auf den Rest so, zack, zack, zack. Das ist das falsche Spiel, ich weiß, aber... Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist das falsche Game. Ja und, aber es, äh, was, es macht Sinn. Müsch, schminzi! Müsch, schminzi! Muschashmiter! Muschashmiter! Seid ihr der König? Euch habe ich aber nicht gewählt! Du bringst dir die Sprüche aus dem falschen Spiel, Mann! Eigne dir mal ein paar Age of Empires Sprüche an, die du dir bringen kannst! Nein! Muschashmiter! Allein, weil das hier wahrscheinlich niemand verstehen wird, von daher ist es noch viel unterhaltsamer! Das ist nicht das Konzept! Weil diese Leute niemals Stronghold oder Warcraft 3 gespielt haben, von daher ist es mir scheißegal! Warcraft habe ich auch nie gespielt! Ich weiß nur, dass da, wenn du die Schafe zu lang anklickst, dass die dann explodieren! Naja, da war ja was! Die haben ne Schafe! Das war lustig! Das erinnert mich an, ich glaube, es war Band of Brothers, wo das ging, dass du Schafe rekrutieren konntest! Also Easter Egg! Ähm... Band of Brothers ist auch so eine Serie, die hier wieder machen könnte! Äh, ne, die verkacken die doch eh! Alles, was irgendwie neu aufgelegt wird, verkacken die! Hast du den neuen Trailer zu Rollercoaster gesehen? Das ist von Atari! Die Grafik! Ja, ne, ich mein generell, wenn die Spiele neu auflegen, da gab's in den letzten Jahren wirklich keinen Titel, der wirklich überzeugt hat als, ja, Reboot! Ich weiß nur, die haben, äh, ich weiß nur, Gearbox hat Homeworld, ne, aufgelegt! Das einzige Reboot bzw. Remake, was richtig cool war, war das von Apes Odyssey! Eps, Adios C, davon gab's einen Reboot? Ja, es gab ein Remake vom ersten Teil und jetzt kommt sogar demnächst der zweite, der neue Teil! Ich glaub, den gibt's sogar schon! Ach, da! Und der ist auch richtig, und die ist auch richtig gut sein! Und, 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 und Mr. Schaefer himself, äh, rebooted Grim Fandango! Grim Fandango ist doch schon rebooted, also die HD-Version! Ich hab da nur irgendwas gehört, dass Herr Schaefer da irgendwas macht! Die, äh, die zockten die schon die ganze Zeit bei Rocket Beans TV, die, die HD-Version von Grim Fandango! Die ist eigentlich auch ziemlich cool, ich mag den Humor von dem Spiel! Ich bin ja nicht so der Rätsel-Adventure-Typ, aber der Humor von dem Spiel ist wirklich cool! Ja! 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 Muscha schmierter! Ja! Ich muss ja da sagen, ich hab Rym Fandango leider nie gespielt! Ja, ich auch nicht, aber ich hab's halt bei Rocket Beans TV da gesehen! Und die, und die schaue ich nicht wirklich, weil ich mir nicht die Zeit nehmen kann, wegen limitierter Freizeit und so! Ja, dann soll ich mir hier jeden Livestream angucken von den Leuten, die ich gerne auf YouTube verfolge. Und dann soll ich hier noch Spieler spielen. Ja, 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 ja. Dann soll ich mich noch um meine sozialen Kontakte kümmern. Soziale Kontakte? Soziale Kontakte? Ein Gamer hat keine sozialen Kontakte, mein Junge. Vielleicht ein Casual-Gamer, aber ein Pro-Gamer hat das. Man muss sich doch mit anderen Pro-Gamern über Pro-Gamer-Games unterhalten. Über Pro-Gamer-Things. Wie wie Mountain Dew und Doritos. Weißt du das nie? Drehst du nie mit dem Jonas über Mountain Dew und Doritos? Bist du so scheiße? No, nicht wie ein Mountain Dew. Du bist so ein Casual. Du bist so ein Grievers. Tut mir leid, ich kann auch kein Mountain Dew. Ich hab vor lauter Wut eine schlafende Wache getreten, weil du mich so wütend machst. Ja, toll, jetzt hab ich dich wieder wütend gemacht, oder was? Tut mir leid, tut mir leid. Was soll ich dann auch machen? Ja, ich dachte, es gäbe eine Verbesserung dir gegenüber. Ich dachte, du wirst dich bessern und jetzt lässt du mich wieder hängen, Mann. Ja, was soll ich denn? Ich kann nicht der einzige Typ sein, der Zocker-Crew episch ist. Ja, aber wir haben noch Claudio. Ja, aber Claudio ist doch nur Claudio. Korrektiert doch auch nur irgendwann, wenn er Bock hat. Ja, Claudio ist genau so ein Feind. Und er denkt, ne, ich schaue nur das, auf das ich Bock habe. Ja, ja, stimmt, das stimmt auch wieder. Er schaut auch nur, was er Bock hat da, oder? Der Mr. Claudio, ja. Aber eigentlich ist es ja auch das Ziel, dass man nur das guckt, worauf man Bock hat. Wir wollen doch niemanden dazu zwingen, irgendwas zu gucken. Aber man sollte auch schon wegen des Let's Player und will in ein Projekt reinschauen. Man kann immer seinen Horizont erweitern, aber wenn einem das Spiel nicht gefällt und... Ja, und dann kommt das so wie beim Left 4 Dead Best of und so, Mann, da sollte ich echt mal reingucken. Und der liebe Claudio ist leider kein Mann, der seinen Worten taten. Ja, was soll ich sagen zu dem Left 4 Dead Best of, da fehlt der dritte Teil immer noch. Der wurde vor 150 Jahren angekündigt, ist bis heute nicht erschienen. Also, da wollen wir jetzt... Ja, ich habe den besten Release-Datum für Grievous, wenn man ihn darauf anspricht. Genauso wie 3D Realms damals zu Duke Nukem Forever, When It's Done. Super. Ganz super. Grievous und ich arbeiten gerade in den Best of zu Ratchet & Clank All for One. Das kannst du dann auch mal reinziehen. Du hast ja das Let's Play nicht gesehen, aber das Best of... Teile habe ich gesehen, Teile habe ich gesehen. Aber im Best of werden... Du weißt, wie ich zu Ratchet & Clank All for One stehe. Ja, aber... Egal, wer das spielen würde, ich könnte mich da nicht durchquälen. Aber im Best of sind wirklich sehr coole Szenen dabei, das solltest du dir dann reinziehen. Ja, vielleicht mache ich sie ja mal. Vielleicht mache ich sie ja mal. Weil ich fand die Szene gut, wie bei dir einfach in dieser einen Stelle nichts mehr weitergegangen. Das war so gut. Oh Mann, wir hatten so krasse behinderte Bugs auch. Alter, das war unfassbar. Ich hatte den Rogue, by the way, auch so einen lustigen Bug, der sieht recht interessant aus. Was ist denn da passiert? Ich habe einen Scharfschützen von einem Schiff gestoßen, ganz oben runter und irgendwann kam aus dem Wasser wieder zurück, flog wieder so ein bisschen in die Luft hinauf und blieb in der Luft hängen. Und ich so, ja, okay. Ich dachte, der hätte danach wieder gelebt, das wäre lustig gewesen. Der hätte so gelebt und hätte ich dann so entdeckt und hätte dann so, da ist der, fass den. Ich werde dir die Hände abschlagen. Okay, gut, das sagen die in dem Spiel nicht. Elender Hund, ich hacke dir die Hände ab. Du wachst es, wie meine Armbärschen heizustellen. Looooooon. Ich weiß nicht, was diese Männer von mir wollten, aber ich sah das Börsen in die Augen. Mensch, Assassin's Creed 1. Ach, das waren noch Zeiten. So, gute Klassiker-Sprüche, da sind einfach so coole Sprüche bei entstanden. Alter, ihr! Mich stinkt bei der Menge alles nicht, weil es heißt, eine Waffe zu führen. Könnt ihr es ihnen nicht zeigen? Alter, ihr. Und dann gibt es so noch der 5. Mal, nein, ich will ihnen jetzt nicht zeigen, wie man eine Kack-Waffe führt! Das müsste man mal so als Dab rausbringen, so. Alter, ihr, 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 Männer, 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 Männer. Wutu, 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 wutu. Freestyler! Nein, das meine ich jetzt nicht so. Ich meine so als Verarsche, dass man dann halt wirklich so versucht, die Stimme von Alter, ihr so nachzumachen und dann eben so, Nein, verdammt, ich werde jetzt nicht zeigen, wie man eine verdammte Waffe führt! Als ob deine Männer das nach 5 Jahren immer noch nicht könnten! Ja, ich glaube, wenn, Alter ihr durchzupft, geht einfach zu einem Typen hin und rannt den halt eben mit Schlinge durch den Hals und dann geht er einfach weiter so, wie doch egal. Ja, wahrscheinlich, ich hätt's ihn auch so als den Typen einen, der keinen Fick auf nichts gibt. Alter Ea, der emotionslose Assassine. Wobei, mich würde wirklich brennend interessieren, die DLCs von Unity, die von Ezio und von Alter Ea. Ob das jetzt irgendwie quasi so neue Geschichten sind oder einfach irgendwie irgendeine Mission von dem vorherigen Assassin's Creed einfach neu aufgelegt? Das frage ich mich natürlich auch, weil, äh, ich hab's ja schon seit Jahren hier. Oh, ich könnte... Oh, das ist immer noch auf der Xbox One, ähm, wie soll man das sagen, ist dort von der Performance immer noch am besten. Von der Performance am besten? Ja, ich weiß nicht, Uwe ist auf der PC-Bestion verkackt. Oh. Was soll man denn sagen, und die, und die, bei der PS4 ist einfach das Problem... Oh, der Asiate greift mich an. Oh, der Asiate schon wieder. Oh, ich meine, die Arten hier. Ich weiß nicht, es kommt doch da hinten, da. Der kam an mit einem, mit einem Kanonier, kam er an. Einen Kanonier. Und wollte meine Mauer einreißen. Wow. Mutig, mutig. Mutig, mutig. Muscherschmier. Also, Muscherschmier. Muschi. Muschi, Muschi. Muschi, Muschi. Soll ich noch ein paar Priester beschweren? Äh, warum meinst du eigentlich nicht? Noch mehr Vololo! Erstmal, ja, ich, äh, ich werde eine riesige Armee aus Berserkern losschicken, plus vielleicht noch ein paar Priester. Oh, da kommen die Inder. Der wird aber das mal mit fucking Pfeilen bombardiert, der Faggot. Ja, das, der, der Inder von, von Taylor Ring, also einem Handyanbieter, bei uns würde er dir jetzt einen Handyvertrag andrehen wollen. Mit diesen tollen Smartphones, um null Euro. Um null Euro. Er wird ja quasi ja eh schon mit, mit diesen Taylor Ring Werbungen quasi Assassin's Creed nachherfen, mit, mit Inderhood und was weiß ich alles. Ja. Was? Ja. Ich hasse es, wenn Firmen sowas tun, das ist doch entpeinlich. Man will doch irgendwie mit der Jugend connecten, Mann, und weil Assassin's Creed sich zu einer globalen Marke entwickelt hat. Ja. Sehr viel Aufsehen da regt. Ich meine sogar, die Universität hier bei uns, die nimmt jetzt quasi PC-Spiele und Programmierung als, als Lernfach auf. Das ist doch cool. Das ist wirklich cool. Das hat man jetzt gesehen, ja. Das ist echt cool. So, das, 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 das Traurige ist ja eigentlich quasi, in der Zeitung, wo ich das gelesen habe, haben die auch quasi die, die Free-to-Play-Games als die Zukunft angepriesen. Weil es immer mehr Spiele geben wird, die es zwar gratis gibt, aber wenn man neue Levels und neue, neue Sachen haben will, muss man Geld für ausgeben. Du sollst doch nicht immer die Assassin's Snow kaufen, Mann. Die hab ich nicht gekauft. Jetzt kommen, jetzt kommen sie. Dann schick doch mal deine Bärse hier raus. Ja, was da, ah, Mann. Geh nicht mehr auf die Eier. Daniel, jetzt zeig doch bitte nicht so dämlich wie dein Typ. Hast hier deine Armee stehen und dann kommt die und töten deinen König. Ja, nee, mein König ist doch gar nicht in der Burg. Der ist in der Burg. Ja, aber ich meine, als Vergleich. Oh nein, wir haben hier irgendwo einen Priester. Wo? Oh, oh, oh. No, da. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sie sind im äußeren Verteidigungsring. Die Armeen werden angegriffen. Heilige Kacke. No, no, no. Nicht genug Glauben in meinem Gekehrungsrichter, man braucht Glauben. Mensch, Daniel. Verdammt, ich hab keinen Glauben. Du bist nicht gläubisch. Daniel, das fällt dir ein. Nein, also ich mein, mein Priester hat keinen Glauben. Ach, acht mich doch. Hier, jetzt Vololoma jemanden. Los, 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 los. Ja, hier, der eine Typ, der macht's jetzt. Der macht's jetzt, ist tot. Ey, fuck, man. Das ist gut. Fuck, man. Bleib bloß, hör hier vorne. Die haben einen Priester. Die haben einen Priester, schau. Die Schweine. Die Schweine mögen keine Religion. Ey, verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Normalerweise sind die Elite Berserker so gut. Ich weiß nicht, was hier los ist. Der hat irgendwie seine Truppen übelst aufgepusht. Ich weiß nicht, was der mit denen gemacht hat.